Welcome to the club, willkommen zu EA Sports FC 24, der Hype ist immens, wobei EA alles dafür getan hat, den auch gleich wieder einzubremsen, schauen wir uns in diesem Video an und natürlich den kompletten Season Pass, was jetzt wichtig ist in der Web App, was man am besten machen sollte, sobald dann die Ultimate Edition da ist, die Steps nochmal alle genau besprechen und den krassen Evolution Modus müssen wir uns unbedingt nochmal genauer anschauen. Da liegen sehr sehr viele Millionen Coins drin auch verborgen und danke, dass du jetzt hier auch diesen Kanal am Start bist, denn wir werden gemeinsam dich zum Münzmen erbringen, davon bin ich überzeugt, servus, grüzi und hallo, danke für 200 Likes im letzten Video, wäre natürlich geil, wenn wir es zum dritten Mal in Folge schaffen würden, danke für den krassen Support, ja Freunde, was soll ich sagen, wir fangen am besten mal mit den Themen an, die uns alle sehr krass beschäftigt haben. Bevor wir ins kompletten Season Pass anfangen, war die Frage, gibt es Starter Packs, gibt es keine Starter Packs, du loggst dich in dein Spiel ein, die Content Creator konnten das gestern schon machen, loggst dich ein, wählst deine Starter Nation aus, Brasilien, gehe ich definitiv dieses Jahr, dann nimmst du deinen Leihspieler, dann kannst du deine Trikots auswählen, deine Waffen auswählen und dann schon die wichtige Frage, willst du deine FIFA Points, du FC Points umwandeln, alle die aufgeladen haben, bitte da unbedingt mit Ja ankreuzen. Und dann kommt schon der Punkt zu diesem Ding da, FC Founders Pack, die Gründer Packs, zwei Packs kriegt jeder von euch beim Login, in einem Pack ist drin, Wappen, Trikots und Choreos etc., alles, untrade, im anderen Pack gibt es einen Haaland, Profi heißt es mittlerweile, sorry, ich meine nicht mehr Pack, Spieler Profi und Vinicius Junior und Kerr kannst du dann aus zwei Leihspieler Picks auswählen, bei den Männern hast du Vinicius, Van Dijk und Eugen Wings Sohn, bei den Frauen Kerr, Marta und die Pop vom VfL Wolfsburg, ja, nichts tradable, nichts, wir hatten noch gehofft bis zum Schluss, aber es hat sich bewahrheitet, dass wir nur Gründer Packs kriegen, jetzt gibt es wieder welche, die sagen, ja dann komm, dann kriegen wir heute Abend zum Web App Release noch was, könnte sein, dass es was gibt, aktuell sieht es nicht da noch aus, aber ihr habt die Möglichkeit durch Abschließen von Aufgaben womöglich irgendwie ein paar Packs auszuarbeiten in der Web App, kann ich jetzt allerdings noch nicht sagen, ich habe es noch nicht gesehen, sobald ich was weiß, mache ich euch natürlich sehr sehr gerne ein Video dazu, ich bin auch heute Abend guter Dinge, dass wir so gut aufgestellt sind, wir werden auch jetzt hier im Stream und von unserem Discord mal komplett durchschauen, dass ihr seht was es da gibt, und ja, aber erstmal würde ich sagen, gehen wir in Season Pass rein und dann besprechen wir alles weitere, wie wir dann heute Abend am besten vorgehen, Season Pass gibt unglaublich gute Rewards, wirklich, GGEA, genauso muss er sein, Season Pass, da hat man richtig Bock die einzelnen Levels zu ergrinden, wir kriegen bei Level 5 kriegen wir schon ein 80x10 seltenes Gold Profis Pack, sehr sehr big, dann noch, ja ok, ich mache jetzt nochmal, einen Cut, weil wie konnte ich das vergessen, ich mache jetzt nochmal einen Cut, bevor wir uns diesen Pass anschauen, möchte ich gerne nochmal das mit euch besprechen, was ein Spannungsbogen, was ein Spannungsbogen, gestern Abend kam die Nachricht, die vorgeschrittenen SPCs sind tradable, ok, nicht die Gruppenbelohnung, aber die einzelnen Steps, wäre natürlich fürs Trading absolut geil, auch fürs Zocken, super, paar tradable Karten raus, da hat man immer noch ein paar 100.000 Coins gemacht, das sind SPCs, die Content Creator konnten das dann auch schon relativ schnell abschließen gestern, hier sieht man es dann schon, jetzt wollen wir es nicht sehen wollen, hier war tradable, die erste SPC Mega Packups da, und dann wurde es von EA zurückgepatcht, mittlerweile sind sie wieder anschaut. Daumen nach unten, schade EA, gut dass ich euch noch nicht zu viel gelobt habe wegen dem Season Pass, ist mega mega blöd für uns, dass es jetzt halt so ist, aber ändert sich auch nichts im Vergleich zum letzten Jahr, da war es auch so, die vorgeschrittenen SPCs, die wurden über die Football Methode krass gemacht, und so gehe ich einfach auch dieses Jahr wieder davon aus, wird sich nicht viel ändern, klar, schade, Football wäre noch geiler gewesen, haben sie wieder zurückgerudert, ist halt jetzt so, wie findet ihr das, schreibt es uns gerne in die Kommentare, aber bitte bleibt optimistisch, ja, wir haben ein ganzes Jahr vor uns, und ich denke schon, du hast auch ein bisschen Bock, weil sonst wirst du ja das Video nicht anschauen, um dich mit diesem Content zu befassen, oder liege ich da ganz falsch? Ne, wirklich, ich freue mich, wenn es trotzdem, auch wenn du jetzt momentan vielleicht noch nicht so im Hype bist, aber das kriegen wir dann schon hin, hey, ich bin da absolut guter Dinge, denn wenn ich mir diesen Season Pass anschaue, Level 5, 80x10 Pack, Level 10, 83x10 Spieler Pack, Level 15 kriegt ihr schon den ersten Spieler, die Baltimore, die Spielerin, Entschuldigung, Baltimore, immer noch hier weitere schöne Packs, dann Level 20, den Kardiologen, der könnte sehr interessant werden, wegen Ryan Kent, da spielt er im selben Verein, Fenerbahce, wie Ryan Kent, und Ryan Kent ist ein Spieler, der für diesen Evolutions Modus in Frage kommt, daher würde ich euch der da einen guten Link bieten, auch als Sub, ja, als günstiger Sub, ich weiß nicht, wie schnell man mit diesen Erfahrungspunkten vorwärtskommt, Fakt ist, auf jeden Fall gibt es dieses Jahr auch für Squad Battles, da habe ich gleich noch was dazu, die Möglichkeit, Erfahrungspunkte zu sammeln, dann Level 25, Thomas, 88 Tempo, 86 Schießen, und 88 Dribbling, genauso wie 83 Füße ist voller die Waldfee, dann auch noch Level 30, den Teo, Superstats, wenn ihr die Karten auch noch in den Evolutions Modus reinsetzen könnt, wenn das funktionieren sollte, Big GG, da kann ich nur sagen, da kommt einiges auf uns zu, und bei Level 35 gibt es schon ein 84 plus mal 5 Spieler Pack, vorher noch eine 1 von 3, 83 plus Gold Spielerwahl, klar ist es jetzt auch so, dass wir sehr viel mehr 83er, sehr viel mehr Futterkarten zu ziehen werden, wegen den vielen neuen Spielerinnen im Spiel, aber dennoch, trotzdem sehr stabiler Season Pass, mega coole Sachen, super Design, und Level 40 schießt komplett den Vogel ab, ey, wirklich, da muss ich sagen, die Mateusz Cunia, unglaublich krasse Stats, für eine Offensivkarte, Offensiv-Allrounder, ich würde nur zwar eher im Zentrum spielen, aber kannst du überall spielen, und dann noch den Cunia von Borussia Mönchengladbach für Bundesliga, mit Frank gleich Link und so weiter, wow, da, großes GG, der hat 82, 82, 87 und 90 Dribbling, sehr starke Karte, wirklich, ich werde den nehmen, auch wenn Cunia sicherlich eine gute Option wäre, aber bei mir wird es Cunia werden, und ich bin gespannt, was sagt ihr, Cunia oder Cunia, einfach mal den Namen rein spammen hier, gehen wir schon drüber zum Evolutions Modus, noch ein kurzes Fazit zum Season Pass, genauso muss es sein, ja, genauso muss es sein, die letzten Season Passes im alten FIFA waren schon richtig gut, und genauso darf es weitergehen, denkt mir noch bitte dran an eure Pre-Season Rewards, dass ihr die Packs noch erschwitzt, Founder Evolution, und der Modus hat es nun wirklich in sich, ich glaube, der Hype, der schon da war, der wurde jetzt nochmal angehoben, durch das, was wir da für neue Möglichkeiten reinkriegen ins Spiel, ihr habt es jetzt, ich werde es euch gleich noch ausführlich erklären, keine Sorge, die Möglichkeit, Wunschkarten sogar von Bronze- und Silber-Levels hoch zu grinden, auf eine richtig stabile Goldkarte, oder ihr nehmt so Karten wie einen Junius zum Beispiel, da steht ja immer, welche Karten dafür in Frage kommen, gibt es eine Webseite, dafür zeige ich euch auch gleich, und wenn der da reinpasst, dann könnt ihr den Junius mit ein paar einfachen Aufgaben sehr schnell von der 82 zu der 84 ubleveln, ihr müsst nur schauen, dass ihr Karten nehmt, die diesen Rating hier, diesen Anspruchsvoraussetzungen entfernen, entsprechen, und ihr habt mehrere Möglichkeiten, die Evolutions, wichtig ist, ihr könnt die Karte, sobald ihr die Karte tradable habt, und ihr macht es in diesen Evolutions Modus rein, ihr wählt es für Evolution aus, wird die Karte untrad und könnt es nicht mehr verkaufen, und ihr könnt es auch nur jede Aufgabe, glaube ich, einmal machen, also wirklich genau überlegen, welche Karte für euer Android-Team Sinn macht, und dann den Evolution-Scrand starten, oder wenn ihr eine tradable Karte zieht, immer auch mit dem Fokus auf die Möglichkeit einer Evolution, ja, abchecken, wenn ihr in deinem Junius zieht, und ihr wollt es nicht spielen, und ihr habt keine Verwendung, und ihr wollt schnell jetzt die Coins, denkt daran, ihr könnt es den mit dem Evolution-Modus noch viel besser machen, und eure potenziellen Käufer zahlen vielleicht auch einen kleinen Aufpreis, wenn ihr ein Chemist-Style habt, und dann könnt ihr den gleichen Evolution-Modus starten, und so weiter und so fort, also bitte immer bei den Karten abchecken, ob die für Evolution interessant sind, und auch hier dieses Upgrade, was man dann Juma geben kann, unglaublich stark, und Perisic, den könnt ihr von einer 79 auf einer 85 im neuen Bezahl-Modus machen, also ihr könnt es ja jetzt mit Coins quasi, ihr müsst dann Coins einsetzen, und könnt den unerbittlichen Flügel-Evolution-Ding freischalten, und dann könnt ihr mit dem Perisic, oder je nachdem einem Spieler, der halt rechts diesem Rating entspricht, könnt ihr den dann freispielen, und dann habt ihr gleich noch ein viel besseres Upgrade, und da gibt es wirklich krasse Karten dabei, genauso bei Ryan Kent zum Beispiel, da habe ich gesagt, dieser Kardiologe da, der Rechtsverteidiger, den da, die beiden, die Links, ey, sehr, sehr stark, und Thompson, wie ich gerade schon gesagt habe, Bronze-Karten, Silber-Karten, eure Wunsch-Karten, könnt ihr hochgrinden, von Bronze, sag ich mal, von einer 64er-Bronse-Karte auf einer 80er-Gold-Karte, wie stehen die Aufgaben aus, Level 2 Challenges, gewinne 3 Partien in Squad-Battles, oder Rivals, sogar in Squad-Battles kannst du mit 3 Siegen den Karten evolutionieren, bei Level 1 musst du einfach nur 2 Partien spielen, egal welcher Modus, vollkommen wurscht, und dann hast du schon eine 72er-Karte, und bei Level 2 ist da eine 80er-Karte, nach 5 Spielen, keine Ahnung, weil Squad-Battles gewinnt ja in der Regel, habt ihr eine 80er-evolutionierte Karte, sehr, sehr starke Könz hier auch ein bisschen, ich bin jetzt hier auf foot.gg, foot.gg, da seht ihr dann, die ganzen Möglichkeiten, hier haben wir dieses Relentless Swinger, das kostet 50.000 Coins, oder FC-Points, und dann habt ihr unten die Karten, mit denen ihr die ganzen Upgrades machen könnt, ja, einen Bergwein, hat zwar nur 4-2, aber diese Stats, oder die Fuller, Feller, schaut euch mal die Feller an, die einfach 95 Pace hat, 84 Schießen, 88 Dribbling, zwar nur 3-3, aber unglaublich starke Stats, und da habt ihr wirklich einmal die Möglichkeit durchzustöbern, hier ist die Evolution von Ryan Kent nochmal zu sehen, der hat 4-5, sehr, sehr stark, oder hier geht es auf Pace, die Protector, da seht ihr dann gleich einen Cialini, den ihr von 80, Gesamtwertung mit 64 Pace, auf 82 Gesamtwertung, plus 2, aber 79 Pace geben könntet, unglaublich, ja, wirklich geile Möglichkeiten, die Sassi, da fehlt leider die Pace von 49 auf 64, aber geht so weiter, und dann auch noch mit dem Golden Glow Up, könnt ihr sehr, sehr gute, günstige Bronze Spieler, 64 auf 80 hochziehen, und dann könntest du es noch weiter leveln, in den anderen Modis, also ganz viele Möglichkeiten, wirklich intensiv mit dem Evolution Modus befassen, denn da liegen sehr viele Coins vergraben, und sehr, sehr viel Spielspaß, Squad Battles, Ultimate Edition Release, für die Playstation Zocker, Donnerstag auf Freitag, 0 Uhr, vielleicht schon durch EA Player, ein bisschen früher, da gab es Gerüchte, habe ich allerdings nichts Offizielles bestätigt, jetzt hier, wir gehen davon aus, als ihr dann reinkommt, macht eure FP Points, und dann versucht ihr ein Android Team zu gestalten, durch, keine Ahnung, schließt ihr erst die Aufgaben ab, wir haben hier die Meilenstein Aufgaben, da kriegt ihr ein 100k Back, ein 55k Back, und so weiter, die Aufgaben schließt ihr dann ab, habt schon mal ein Android Team, und mit dem spielt ihr dann Squad Battles, warum? Weil Squad Battle Rewards, am Sonntag kommen, und wenn ihr Elite einschafft, kriegt ihr ein 2 Reals Player Back, und 22.000 Coins, das ist brutal, und daher ist die Zielgestaltung, natürlich die Androids zu haben, sprecht es euch gerne in unserem Discord ab, wenn ihr jemanden habt, mit dem ihr die Aufgaben zusammen machen könnt, geht es viel schneller, dann baut es euch das Android Team, und dann nebenbei machen wir noch ein bisschen Sniper, ein bisschen UV-Liste bauen, UV-Liste kommt, wie gesagt, hier auf meinen Kanal, am Freitag oder Samstag, eine komplette, bitte die Glocke aktivieren, dass ihr es nicht verpasst, ähm, Web App heute Abend, wenn das so bleibt mit den Packs, wenn nichts mehr dazu kommt, dann spare ich mir den Zeitaufwand, dann gehe ich da auch nicht rein, also wirklich dann greinig da auch nicht rum, dann warte ich jetzt einfach bis morgen, schaue mir noch entspannte Content Creator an, und bereite mich genüsslich darauf vor, dass es dann morgen Abend für uns losgeht, ich sage es jetzt nochmal, jeder von euch, egal wann ihr anfangst, kann jede Karte spielen, auf die ihr Bock habt, wir müssen nur zusammen ein bisschen grinden, die Dinge versuchen auch zu verstehen, ein bisschen Geduld mitbringen, und dann schaffen wir das, bin ich zu 100% von überzeugt, äh, was habe ich noch, ich verlose aktuell, weil auf X, und auf, also auf X verlose ich aktuell noch eine Version von FIFA, packe ich euch in die erste, äh, Beschreibung von den Kommentaren rein, und wie kommt man auf unseren Discord hier, äh, über YouTube Kanalmitgliedschaft, könnt ihr euch gleich drei Monate reinbuchen, oder ein ganzes Jahr, oder erstmal einen Monat anschauen, und natürlich auch über, wenn ich live bin, als Sub oder mit Kanalpunkten, wie sieht es im Discord aus, die Frage kommt immer mal wieder, daher habe ich mir gedacht, schauen wir mal kurz rein, in den heiligen Bereich, ihr joinst im Discord dann, also ich mache hier immer meine Live-Ankündigungen, dann könnt ihr immer bei Events schauen, wann ich dann live gehe, du kommst dann hier rein, dann ordnest du erstmal bei Kanäle und Rollen, Playstation, Xbox, PC, da ordnest du erstmal zu, und dann siehst du hier schon die neuen Mitglieder, kannst du auch mal auschecken, und beim Eingang solltest du dann drin sein, okay, wenn du über Kanalpunkte reinkommst, schreibst du da rein, hey, hab, ähm, über, äh, XY, äh, Abo abgeschlossen, oder, nein, hab Kanalpunkte, oder hab gewonnen, ein Gewinnspiel gewonnen, oder hab's in YouTube, ich werde übrigens noch, einen aus dem heutigen Video anschreiben, der den Spot gewonnen hat, wenn das Video hier wieder 200 Likes schafft, dann kriegen wir wieder einen nächsten Spot, okay, mach ich jetzt immer so die nächsten Tage, dann könnt ihr weiter durchströpern, die Regeln durchlesen, Discord Info, Discord Feedback, von unseren Zuschauern ein bisschen anschauen, dass ihr einfach seht, dass es uns immer sehr, sehr wichtig ist, auch die Möglichkeit zu bieten, Feedback zu liefern, um ein bisschen anderen zu ergehen, dann habt ihr hier die Regeln, die unbedingt durchlesen, hier findet ihr zu unseren Lives, ja, und dann geht's ins Trading, dann habt ihr hier, da kommt dann die erste ÖV-Liste rein, da habt ihr auch schon weitere Listen mit Karten, die sehr interessant werden, fürs Trading, hat der MMTV ausgearbeitet, dann gibt's auch noch Möglichkeiten aufzuzeigen, welche Karten man lieber nicht kauft und so weiter, haben wir auch schon ausführlich besprochen, bei mir ist ein Bereich, ich habe heute aufgezeigt, die Wichtigkeit von den Squad Battles, was ich euch jetzt auch gerade gesagt habe, so quasi, so die Sachen, ein bisschen so auch mit den Packs, wo man machen kann, was es für Möglichkeiten gibt, die man gehen kann, ich werde da heute Abend auch live für euch zu sprechen sein, ich mache um 18.45 Uhr den Live Call und schauen uns die Web Web gemeinsam an, und hier gibt's einen Bereich für Fragen, auch unser weiterer Partner, jetzt Schulz, unser neuer Partner hat den Bereich fürs Trading, und der, der will wie du hier markt, Analysen droppen, wann ihr Karten verkaufen sollt, wann lieber nicht kaufen, Investment Sachen, genauso wie Team of the Week Investments werden kommen, Low Budget Trading ist ein kompletter Guide da, wie man am Anfang ein bisschen losgeht, mit der Football Methode und so weiter, kommt aber hier auch noch ein Video dazu, und so weiter und so fort, und hier Starter Guides, der komplette Starter Guide, Football Guide, Web Web Guide, und so alles, also wirklich alles dabei, wie funktioniert es in den Bereichen, um sich auszutauschen, abzusprechen, wenn man mit jemandem zocken möchte, wenn man jemanden sucht, wenn man irgendwelche Rückmeldungen möchte, zum Teambau, zum Gameplay, Squad Battles, Spielerbewertungen, Teambauhilfe, Starter Teams, das findet ihr alles hier, Fußball Talk, und so weiter, also sehr, sehr guter Bereich, finde ich, ich hoffe, es hat euch, ja, ein bisschen geholfen, die Dinge zu sehen, zu verstehen, und noch mehr Freude zu haben, aufs neue Teil, ich freue mich mega, gerne noch ein Video liken, wer es noch nicht gemacht hat, und Kanal abonnieren, bis morgen spätestens im Live, Peace out.